So, ich war gerade mal einkaufen und hab mir gedacht, ich will mal ein bisschen so Bluetooth-Speaker von Telefunken ausprobieren. Da haben wir hier einmal den RD2000B. So eine, naja, ich weiß es nicht, mit X-Buzz und mal schauen wie der ist. Würde mich ja mal interessieren. Der Bluetooth-Lautsprecher BS-1011. Dann haben wir hier den tragbarer Bluetooth-Lautsprecher BS-1002. Und dann haben wir hier den Telefunken-Bluetooth-Lautsprecher BS-1005M. Ja, davon werde ich jetzt ein paar Videos machen. Vielleicht schneide ich die direkt hier hinter, wo ich eigentlich keine Lust habe. Ich denke mal, ich werde die einzeln posten und dann verlinken. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Tag. Bis dann, dann. Ciao.